Wie haben Sie die Screening-Untersuchung bezüglich Sehtest bei Kindern im Schulalter? Daher sollten Eltern, aber auch Lehrer darauf achten, ob Kinder gut an die Tafel schauen können oder ob Kinder Schwierigkeiten haben, Kleingeschriebenes eventuell an der Tafel lesen zu können. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Kinder auch nicht richtig im Unterricht mitmachen können, weil sie vielleicht sehr schlecht lesen können, was da vorne geschrieben steht. Wenn solche Sachen auffallen, dann sollte man natürlich den Augenarzt aufsuchen. Dann muss das einmal abgeklärt werden, ob da vielleicht eine Kurzsichtigkeit oder eine andere Fehlsichtigkeit bei dem Kind vorliegt. Die Augenärzte empfehlen eigentlich schon, dass man zumindest einmal abklärt. Vielleicht auch gerade, wenn Kurzsichtigkeit zum Beispiel in der Familie ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch kurzsichtig wird, schon hoch. Und dann sollte man das einmal abklären lassen, damit man auch frühzeitig eine Brille verordnen kann oder gegebenenfalls auch Kontaktlinsen. Eine Fehlsichtigkeit zeigt sich nicht unbedingt nur daran, dass das Kind jetzt zum Beispiel an der Tafel nicht lesen kann. Es könnte zum Beispiel auch zu vermehrten Kopfschmerzen kommen nach langem Lesen. Das würde dafür sprechen, dass das Kind eher weitsichtig ist, also eine sogenannte Hyper-OP vorliegt. Dann kann das Kind eben in jungen Jahren noch gut akkommodieren. Das ist aber sehr anstrengend und dadurch können Kopfschmerzen entstehen. Das muss dann einmal beim Augenarzt getestet werden. Da reicht auch nicht ein einfacher Sehtest, sondern da muss ein Sehtest gemacht werden, wo die Akkommodation durch Tropfen kurzzeitig ausgeschlossen wird, ausgeschaltet wird. Und dann kann man auch eine solche Weitsichtigkeit feststellen. Ich denke, dass Kinder im Schulalter schon genug Hygieneverständnis haben, um mit Kontaktlinsen zurechtzukommen. Wir kennen ja sogar bei Babys, die operiert werden wegen einem angeborenen grauen Starr, dass auch da eine Kontaktlinsenversorgung möglich ist. Das sind natürlich dann andere Kontaktlinsen, die man länger für ungefähr einen Monat drin lässt in den Augen. Aber Schulkinder sind schon in der Lage, täglich morgens Kontaktlinsen rein, abends rauszumachen. Das ist insbesondere bei sehr starken Fehlsichtigkeiten sinnvoll, weil dann Brillenwerte zum Beispiel bei einer sehr starken Kurzsichtigkeit ein sehr kleines Bild erzeugen. Oder auch bei besonders aktiven Kindern, Stichwort Schulsport oder auch Sport in der Freizeit, wo eine Brille unter Umständen stören könnte. Heutzutage hat sich die Akzeptanz der Brille im Kindesalter deutlich verbessert. Es gibt sogar hippe Kinderbrillen, bunt, die dann auch recht stylisch aussehen. Trotzdem sollten natürlich sowohl Eltern als auch Lehrer noch mal darauf achten, dass die Brille auch wirklich dann im Unterricht getragen wird und nicht ganz schnell in der Schultasche verschwindet aus Eitelkeit. Bei Kinderbrillen muss man auch noch dazu sagen, die sollten natürlich besonders leicht sein. Die sollten Bügel haben, die gut hinter dem Ohr sitzen, damit sie eben auch bei Bewegung, bei Sport und Spiel nicht runterfallen. Und die sollten natürlich auch Kunststoffgläser haben, damit, falls da Bruchgefahr ist oder etwas zu Bruch geht, damit man sich da nicht verletzt. Die Einschränkung für Handys und Tablets fängt eigentlich schon vor dem Schulalter an. Wir empfehlen als Augenärzte, dass Kinder im Vorschulalter maximal eine halbe Stunde auf ein Handy oder ein Tablet schauen sollten und dann im Alter von sechs bis zehn Jahren maximal eine Stunde. Grund ist, dass Sehen in der Nähe, insbesondere in einem Abstand von kleiner als 30 Zentimetern, die Kurzsichtigkeit fördert. Also sehr nahes, langes Lesen bedeutet, dass das Auge mehr in die Länge wächst. Das ist etwas, was nicht mehr reversibel ist und diese Kinder werden deutlich kurzsichtiger. Da muss man wirklich aufpassen und da sollten Eltern, aber natürlich auch die Lehrer aufpassen, dass Naharbeit, nahes Lesen auf Handy und Tablet eingeschränkt wird. Als Augenärzte empfehlen wir mindestens zwei Stunden pro Tag am Tageslicht draußen spielen. Dadurch wird die Progression einer Kurzsichtigkeit vermindert. Kinder gucken in die Ferne. Helles Tageslicht ist auch nochmal förderlich, dass eben keine Kurzsichtigkeit entsteht oder sie nicht so schnell weiter voranschreitet. Also bei aller Konzentration jetzt auf den Schulalltag sollte man das nicht vergessen, sondern wirklich die Kinder neben der Schule dazu animieren, wirklich rauszugehen.